Ein Applaus für Rocky Trace. Ja, besser später als nie. Hey Rocky. Das ist laut. Ja, willkommen zum SFPD Fan Talk Rocky. Ich muss meine Zettel sortieren. Wie war das crucial? Was hat das Spiel entschieden? Unsere Defensive. Unsere Defensive entscheidet immer unser Spiel. Das ist, wie wir rauskommen. Wir verraten jedes und jedes Spiel. Das ist unsere Defensive, die unser Spiel entscheidet. Okay, er sagt, dass die Defensive natürlich das Entscheidende ist für die Spiele, dass sie in der Defensive auch immer wieder die Spiele dann entscheiden und rumreißen. Rocky, wie hast du deine Performance für heute gesehen? Ich dachte, ich habe es gut gemacht. Ich dachte, ich habe es ziemlich gut gemacht. Ich habe ein paar Steals gemacht. Ich habe einen schönen Dank gehabt und ein paar Steals gemacht. Im Großen und Ganzen ist er zufrieden. Du bist mit deinem Spiel zufrieden? Ja, ich bin zufrieden. Ich könnte es besser machen, aber wir haben die Wunschung. Er könnte es natürlich besser machen, das muss er natürlich sagen an der Stelle. Aber er ist zufrieden. Rocky, wir haben uns über Isaias Schuhe gesprochen. Er hat manchmal einige orange Schuhe und weiße Schuhe. Hast du auch einige Rituale? Ja, ich habe auch einige orange Schuhe. Du hast auch einige orange Schuhe. Okay, Isaias hat auch orange Schuhe. Ist es für dich ein Ritual, diese Schuhe zu tragen? Ich versuche, die Farben der Team zu bekommen. Ich habe einige orange und weiße Schuhe und black und orange Schuhe. Ich werde sie für die Kuppe tragen. Okay, also er trägt sie auf jeden Fall die Orangen. Die ist auch begründet in den Teamfarben, natürlich orange und schwarz. Und er wird bei den Playoffs dann die orange und schwarzen tragen. Rocky, eine weitere Frage. Ich möchte, dass du die Fähigkeiten von Torsten Leibnard und Mike Taylor vergleichen kannst. Ich weiß nicht. Mike kann schuhen. Mike kann schuhen. Ich denke, er kann besser schuhen. Aber ich gehe mit Thorsten. Er ist ein schwieriger Defender. Also Mike ist der bessere Schütze und Thorsten ist der bessere Verteidiger. Thorsten ist grittig. Er ist dreckig. Er mag zu dreckig spielen. Okay, also Thorsten mag es lieber dreckig. Thorsten der schmutzige Trainer der WBL. Übrigens ist auch der sehr nette Kommentar gewesen bei Facebook. Der MVC. Most Valuable Coach. Fand ich auch nett. Kann man auch mal erwähnen hier an der Stelle. Weil es auch wirklich auch wahr ist. Hey, somebody commented at the Facebook Page. Thorsten will be the MVC. The Most Valuable Coach. Ja. Ja. Das ist okay. So. Das war's von meinen Fragen. Jetzt sind Sie an der Reihe. Was liegt Ihnen auf dem Herzen? Was wollen Sie denn Rocky heute fragen? Okay, ich brauche einen Joker. Ich habe gewusst, die Frage kommt. Ich habe den Patrick vorbereitet als Englisch Joker. Den Philipp. Hast du vorher Patrick gesagt? Ja. Er heißt Philipp. Wie lange es dauert ein Muskelfaserriss auszuhalten? Was heißt Muskelfaserriss auf Englisch? Wie lange dauert es es, um den Kaffensfall, den du gehabt hast? Ich denke, es war sehr schnell, dass du zurückkriegst. Und besonders so explosiv, wie du es heute gesehen hast. Okay. Ich denke, es könnte mich von etwa 2-3 Wochen oder so. Aber ich habe ein paar Kaffens, und es ist mirakulär, dass es schneller ist. Ich bin dann in einer Woche zurückgekommen. Okay. Der Vollständigkeit halber? Normalerweise zwei bis drei Wochen. Aber er hat im Training ein bisschen Würfel genommen, hat sich gut gefühlt, und dann innerhalb von einer Woche war es weg. Okay. Sehr schön. Vielen Dank. Philipp, der Joker für die komplizierten englischen Wörter. Haben wir noch eine Frage? Ja. Komm doch einfach nach vorne. Wie war das Gefühl, als sie den 73-73-Schlag gemacht haben? Ähm... Es war ein ruhiger Gefühl. Ich denke, es war ein ruhiger Gefühl für die ganze Team. Wir waren in Lufthausburg vorher schon in der Situation. Also... Wir waren einfach ruhiger. Und... Wir haben es rausgeholt. Also... Sie haben zusammengehalten, uns dann im Endeffekt doch noch gerissen. Aber es ist in dem Moment schon dann ein schwieriges Gefühl, das sie aber schon öfter hatten natürlich. Und die haben es immer wieder geschafft, sich dann rauszuholen. Wollen wir noch eine Frage heute? Hätte auch für die Zuschauer im Internet heute etwas weniger Zuschauer da. Das sind auch etwas weniger Fragen vielleicht. Aber... Kein Problem. Dann sage ich vielen Dank fürs Interview. Thank you Rocky for the Interview. Vielen Dank noch fürs Dableiben, fürs längere Warten. Und auch Dankeschön ans Internet. Ins Internet fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal beim SOP.DE Fan Talk. Tschüss.